Freunde, ich hab da was für euch. Und zwar gibt es heute meinen Benchmark-Vergleich bzw. Speedtest mit dem OnePlus One, dem Samsung Galaxy Note Edge, dem Samsung Galaxy Note 4 und dem Apple iPhone 6. Wir quatschen gar nicht lange drum rum, sondern wir schauen uns direkt die Werte an. Und wir starten mal mit dem 3D-Mark. Hier habe ich auf allen vier Geräten den iStorm Unlimited getestet. Und das sind die Ergebnisse. 16.755 erreicht das iPhone 6, 17.348 das OnePlus One, das Samsung Galaxy Note 4 ist hier am stärksten mit 20.673 Punkten und das Note Edge erreicht 19.697 Punkte. Wir machen weiter mit dem Sunspider, einfach weil auch dieser noch für alle vier Geräte verfügbar ist. Und beim iPhone 6 kommen wir hier auf 451,3 Millisekunden. Beim OnePlus One auf 1102,2 Millisekunden. Das Note Edge erreicht hier 1107,0 Millisekunden und das Note 4 1110,3 Millisekunden. Haben wir also auch diesen geschafft und wir kommen zum nächsten. Das ist der Quadrant Standard, ein typischer, ein, ich sag mal, Standard-Benchmark. Und hier gibt es das iPhone 6 nicht mehr, weil es einfach für diesen nicht verfügbar ist. Auch die nächsten sind nicht mehr vorhanden, deswegen schauen wir uns jetzt nur noch diese drei Geräte an. 22.817 sind es beim OnePlus One. 24.418 beim Samsung Galaxy Note 4. Und dann bleibt noch das Note Edge mit 24.031 Punkten. Gut, gibt es noch einen weiteren? Na klar, und jetzt kommen wir zum Antutu. Version 5.3, ihr seht, das läuft auf allen Geräten. Und wir kommen zum Samsung Galaxy Note 4. Hier haben wir 46.973 Punkte. Das OnePlus One ist sehr ähnlich mit 46.457 Punkten. Und dann bleibt noch das Note Edge ein wenig abgeschlagen mit 37.981 Punkten. Und es geht weiter. Wir haben natürlich auch noch den Valamo getestet, überall im Chrome Browser, damit es ähnlich bleibt. Natürlich auf der aktuellsten Version des Chrome Browsers. OnePlus One, 2752 Punkte. Note 4, 3858 Punkte. Und das Note Edge, das kommt hier auf 2842 Punkte. Und das war's auch schon. Das war der letzte Benchmark. Von mir noch ganz wichtig der Hinweis, große, hohe oder besonders gute Ergebnisse bedeuten nicht, dass das Gerät auch besonders toll, schnell oder besser läuft, als die anderen mit schlechteren Geräten. Es ist einfach nur ein kleiner Vergleich, der aber in meinen Augen absolut keine Aussagekraft hat. Warum mache ich trotzdem Benchmark-Tests? Ganz einfach, es wollen einfach viele von euch sehen und dann sollt ihr sie halt auch bekommen, wenn ich die Geräte schon da habe. Das also von mir als Hinweis, Aussagekraft, auf gar keinen Fall ernst nehmen, läuft quasi gegen Null. Und das war's dann auch mit diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.